Oh, Wahnsinn! Wahnsinn! Wunderbar! Und da haben wir so einen Eisenbahn-Sendwitz, so einen 99.3. Wir haben uns leider Spaß damit, wir besorgen uns kaum aus. Versprich mir, der gesamte Reihenschlüsse der Handel-Programm-Lanisaktion, ist leider Spaß. Okay? So, jetzt gut. Hier! Hier! So, wie schnell sind wir? So, wie schnell sind wir? Ah! Nein, mach ich! ARD Text im Auftrag von Funk Doppelkampen 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 ... was ich neun, weil die Fitnessladen... ... was der Name ist, geht aber nicht nach dem Schwarzgehen nicht durchgehen. Ja, also das muss man alles, wie gesagt, erst lernen. Und um 16 Uhr haben wir dann noch mal Hagenfurt zu Gast, denn sehr begrenzt Hessen, Baden-Walte, 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 Baden-Walte und Baden-Walte wird sich hier nochmal im Allgemeinen einbinden. Das ganz begrenzt, ich sage, es ist ganz gut, danke. Wir haben dieses Jahr, wir uns noch einmal als Hauptsteller unterwegs sind und, wie gesagt, schon, wir haben auch alles gut und die Amt-Eisenbahn hier an der Amt-Walte. Wenn die Leute nicht nachweisen wollen, dann wäre einfach klar, wer ist dort in der E-Wagen, der hat auch noch den Amt nach, weil er ist ein Regierungsfahrzeug, deshalb würde ich also vielen Bekannten, als Vendepona, als Farbex, als Sogenkeil, bekamten DDR-Triebwagen-Kauf-175, gibt es eine Einheit hier im Höchstum, die der Vorbereitung gemacht werden soll, auf die Kollegen. Ich denke, dass auch Anbieter von Eisenbahnweißer haben wir zwei Jahre, das ist ja also alles, was rund um die Eisenbahnweißer ist, war ja. Sogenkeil 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 So, also viele Spielwägen, die erste Unregel werden, glaube ich, für die Strecke hier ran. Also die Verkaufsstände für hier und die anderen Spielwägen sind, also hier, diese Zahlen, die hier verschrecken, sind weder, wenn ich mir gerade noch gewinnt, noch mal die Ecke. Ja, am meisten schätzt man noch 6 nachzunehmen, mein Alter, aber das ist noch ein Kratzer. Also, wie gesagt, das ist noch traurig. Die sind 1, 15, hier ist die Strecke. Die 25, das ist ja wirklich die Strecke. 38. 13. 13. 30. 28. 30. 31. 35. 30. 30. cały mouvement. 31. 31. 31. Und dann hat er gesagt, nur noch mal. Von wo konnten wir? Wir sind über die Kainera, alle. Ich weiß noch nicht ganz genau, was da hinten kommt, aber da gibt es eine Fokus-Aktion auf der Hand. Da kommt es hoch. Da kommt es hoch. Da haben wir die Daten, die wir haben. Wir machen da nur noch immer Probleme. Schaut mal rein, was wir haben, was wir machen, was wir machen. Das ist ja die. Die dürfte direkt mit dem Rollen und Programmieren bleiben. Das ist ja die. Das ist ja die. Das ist ja die Kamin. Und die haben wir da. Das ist ja die. Das ist ja die. Ah, das ist eigentlich so weit weg, ich seh jetzt manchmal aus, ich weiß nicht. Die 75, Alter, wunderbar, ja. Au, auch so weit. 72, ach, eigentlich sind wir noch mal wieder drüber. So, guck. Die Achtung weiß nicht. Und, die 15! Ah, wir sind das nicht richtig, dass die 15 getroffen hat. Ja, das riecht ein Macker. Ich hab einfach hier und ich schruggelein, ich lasse da weiter und würde mich schreien. Können wir sehen, dass wir uns das tun können? Knauen. Ja, was hab ich für eine Knauen? Bist du mal am Schwimmbad durch den Jungen weg? Ja, viel Spaß im Knauen am Schwimmbad. Alle Jungs wegknüpfen da. Wenn ich dann für den Abend in den Bagesstee wäre, in den Knauen holen alle Jungs von Deutschland zu sein. Aber es sind auch wunderbar. Nein, es sind auch wunderbar. Ja, es sind auch wunderbar. So, du, Jungemann. Mama ist da vorne. Die Damen und Herren von Halle, die aus Sachsen kommen. Wir haben in Sachsen einige Seitworte. Erstens, wir gehen. Wir haben drei Baden in Sachsen, die sie begabtet haben. Eine geht von Radeburg. Paul Thomas. Nach Radeburg. Nach Radeburg. Das wäre gerade ein bisschen was, wenn man die Ausstellung für Fantasengründer im Museum Nordesburg ist. Und hier sind die, das ist ein Urschleiter, das ist ein Urschleiter, aber ein paar, drei Fahrer. Aber das geht für meinen, aber wie ihr den Platz steht, der ist die Fahrt, die sind 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 die Fahrt, und wenn man sich mal anbaut, das ist das nochmal ein kleiner Fahrt. Gut geschickt. So. Auf geht mal. Ohhhh! Boah! Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, du warst aus! Ich bin hier aus! So! 86! Geht los! Oh, das ist ein Storgerstück! Nein, das ist eine Stücke! 39! Genau! Boah! Wahnsinn! Oh! Au��animous! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020